Was möchtest du kaufen? 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 Ich glaube, ich habe hier den Falschen. Ich suche nach Jason. Ist der irgendwie... Da? Ist Jason in der Nähe? Wer ist da? Hörg, Mann! Jason kennt mich noch nicht, aber ich brauche etwas Hilfe, wenn er interessiert ist. Ich sende meine Position. Sag ihm Bescheid, okay? Ich will keinen Ärger mit den Piraten. Ich bin glücklich, wenn ich unversehrt durch das Jahr komme. Ich drehe... Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Los geht's! Hey, ich bin Jason. Suchst du nach mir? Wunderbar, Hörg. Ist das eine Abkürzung für Herkules oder so? Nee, Mann. Meine Eltern waren Pazifisten. Oh, scheiße. Oh, nein, nein, nein. Wo ist Coco, Mann? Wegen dir hab ich Coco verloren. Wer? Coco. Makakenäffchen. Ungefähr so groß. Trägt eine Weste. Mit etwa einem Pfund C4 drin. Du bewaffnest einen Affen mit C4? Die Navy tat's mit Delfinen. Die Russen taten's mit Hunden während des Zweiten Weltkriegs. Haben's aber verkackt. Hatten keine deutschen Panzer zum Üben. Also brachten sie ihn bei, unter die eigenen Panzer zu kriechen. Witzig, oder? Du machst dasselbe mit Affen. Oh, na. Ich hab gedacht, ich überlasse Coco, die Drecksarbeit, aber... Das war wohl nix, hm? Ich muss das entschärfen. Den Sprengstoff? Nein. Ich mein Coco. Wenn er bei den anderen Äffchen explodiert, dann kommen die Kerlchen doch Schiss. Die Lunte brennt! Ah, ihr Kondios, kleiner Freund. Nein! Warte! Da ist er ja! Oh Mann, er hat wohl die Weste ausgezogen. Das ist wunderbar. Also, ich hab jedenfalls Arbeit für dich. Ja, die Piraten haben Diamanten aus dem Bower Seiko-Konflikt bekommen, doch unsere Rebellen, Freunde, brauchen sie dringender, korrekt? Ja. Die Rakiat könnten sie gegen Vorräte tauschen. Ich hab bereits Snowflake und Bubbles 2 rausgeschickt, aber sie werden vermisst. Das war mir klar. Also musst du in diesen alten Tempel und dir die Diamanten schnappen. Das war mir klar. Das war mir klar. Es gibt Entdeck, wie ich weiß. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Keine Pfeil nicht, selbstbestimmt nicht. Seht mal, ist da wieder so eine Verarsche von den Rebellen? Das war's, das kannst du doch! Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Ich hätte schwören können. Ich hätte schwören. Oh Oh They can Oh Oh Ich bin weg Oh Ich kann nicht Ich Ich Oh Ich 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 Gahhh! Kamerad, wo immer drauf sind! Ich sehe meinen nach. Er ist nichts. Wahrscheinlich verarschen die Rebellen uns bloß. Ich hab doch was gehört. Ah! Ich hab doch was gehört. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Halk, ich hab deine Diamanten. Was ist mit Snowflake oder Bubbles 2? Waren die da? Ja, mir geht's gut, danke. Hab keinen Kratzer. Nein, ich fragte, hast du meine Affen gefunden? Ich glaub, da ist eine Störung oder so, Mann. Wenn du mich hören kannst, leg die Diamanten im Versteck ab und greif dir die Belohnung, die da auf dich wartet. Denk dran, Mann. Du bist doch ein Ehrenmann. Ich vertrau dir voll und ganz. Okay. 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 Ich spiele mit, aber nur so lange, wie es mir bei meiner Suche hilft. Vielleicht weiß Dennis mehr über Hoyt. Hi, Dennis? Jason, hast du was gefunden? Die Vision hat mich zu dem Mann in Weiß geführt. Der Kerl ist ein Spion oder sowas. Komisch. Von so einem hab ich auf der Insel noch nie gehört. Er hat mir von Vars Boss erzählt. Hoyt. Hoyt Volker. Halt dich fern von dem, Jason. Vars ist vielleicht verrückt, aber alles Böse auf der Insel kommt von Hoyt. Er hat Vars den Verstand rausgepustet. Er hat alles in der Hand hier. Wow. Okay, ich pass auf. Er hat alles in der Insel kommt. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Das war's für heute. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. 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 Oh, oh, oh. Okay. Gah! 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 Oh, hello. Oh, hello. Oh, hello. Oh, hello. Oh, hello.